Herzlich willkommen zu unserem heutigen IHK-Spezial-Webinar zum Thema Auswirkungen der Rechtsformwahl auf die Unternehmensbesteuerung. Bevor Herr Steinhardt, der als Partner und Steuerberater bei Steinhardt & Partner mit dem Vortrag beginnt, kurz die organisatorischen Dinge vorabgestellt. Wir zeichnen das Webinar auf. Sie bekommen den Link, wie wir die Präsentation auch im Nachgang. Sie können selbstverständlich auch die Fragen bereits jetzt im Chat stellen. Diese beantworten im Schluss des Vortrags. Nun darf ich die Bühne Herrn Steinhardt überlassen und wünsche Ihnen eine informative Veranstaltung. Ja, vielen Dank und auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ganz zum Beginn einmal kurze paar Punkte zu mir. Mein Name ist Christian Steinhardt. Ich bin Steuerberater und Fachberater für Unternehmensnachfolge hier in der Kanzlei in Augsburg. Und wir haben uns neben der normalen, klassischen Steuerberatung so ein bisschen in die Themen Umstrukturierung und Erbschaftsteuer, eben wie gesagt auch Unternehmensnachfolge, eben machen da recht viele Dinge. Und daher bietet sich oder hat sich für uns jetzt auch einfach dieses Thema sehr gut angeboten, dass man einfach mal die Rechtsformen sich anschaut und wie dann jeweils die steuerlichen Auswirkungen für die Unternehmer eben aussehen. Wie sieht jetzt heute der Ablauf aus? Also ich möchte mal starten, ganz allgemein, was heißt überhaupt steueroptimiert? Dann im ersten Schritt die Personengesellschaft. Wer braucht eine Personengesellschaft? Für wen ist diese Rechtsform die richtige? Wann ist vielleicht eine GmbH besser? Und dann quasi die letzte Stufe. Wer sollte oder für wen bietet sich dann auch noch eine Holding an? Und am Schluss fassen wir die ganze Sache nochmal zusammen und schauen an, was sozusagen hier das Ergebnis dann ist. Ja, was heißt steueroptimiert? Ich habe bei vielen Unternehmern leider immer wieder das Thema und da versuche ich dann auch mal zu erklären, drum jetzt hier auch als eine der ersten Folien. Was heißt eigentlich steueroptimiert? Also für mich ist steueroptimiert nicht Ausgaben zu tätigen, die man dann von der Steuer absetzen kann, sondern eher, so wie man es jetzt hier im zweiten Bereich sieht, weniger Steuern zu zahlen bei gleichem Gewinn. Also nicht irgendwie Geld, dass das Geld abfließt, also ich dann weniger Vermögen zur Verfügung habe, sondern das Vermögen soll natürlich eher mehr werden, wenn ich eine Steueroptimierung vornehme. Also das kann ich jetzt zum einen unser Thema durch eine Rechtsform mal machen oder natürlich auch durch so Themen wie Abschreibungen, Rückstellungen oder solche Themen. Wichtig eben, aus meiner Sicht, das Vermögen ist nicht gebunden, ich kann damit weiter arbeiten, ich kann das Ganze reinvestieren und dann ist es aus meiner Sicht dann eine tatsächliche Steuersparnis. Hier nochmal ein ganz kurzer Überblick, wie das aus unserer Sicht ja so ein bisschen zusammenspielt, das Ganze. Wir haben natürlich, jetzt muss ich zusagen, wir haben den ein bisschen steuerlichen Blick, aber wir versuchen natürlich auch irgendwo die Brille des Unternehmers aufzusetzen und dann zu schauen, okay, wie kriegt man Steuern und unternehmerische Ziele im Prinzip unter einen Hut. Gut, aus unserer Sicht mal das Fundament, wenn Gewinne im Unternehmen tesauriert werden, also das heißt, der Gewinn bleibt auf Ebene des Unternehmens, wird nicht privat verbraucht, dann sollte der aus unserer Sicht auch wirklich nicht so besteuert werden, als würde der konsumiert, sondern so besteuert werden, als würde er reinvestiert. Und wir schauen es uns im Folgenden an, da gibt es, ja klar, Sie wissen es auch zum Teil, gibt es Unterschiede, aber es findet wirklich noch viel aus meiner Sicht statt, dass quasi Gewinne, die reinvestiert werden, trotzdem voll privat versteuert werden. Und hier möchte ich Ihnen ein paar Einblicke geben, wie man das eben ändern kann. Ja gut, wie verbindet man die unternehmerischen Ziele? Das sind diese drei Säulen, die wir hier kurz aufgebaut haben. Das sind einmal steueroptimierte Investitionen, die man tätigen kann. Dann ist auch ein ganz wichtiger Punkt, das sehen wir gegen Ende des Vortrags, wie mache ich eigentlich eine Vermögensabsicherung gegen Insolvenzen, meinetwegen, von operativen Betrieben und natürlich auch, das ist so ein zweiter Pfeiler, was passiert danach mit dem Unternehmen? Also Unternehmensnachfolge entweder an einen Käufer übergeben oder verschenken, meinetwegen. Das spielt alles sozusagen in diesem Themenkomplex mit und wir schauen uns jetzt heute mal eben dieses Thema rechtsformbar genauer an. Ich habe es Ihnen hier jetzt einfach mal aufgeführt, nochmal einen Überblick zur Verdeutlichung, was passiert, also welche Steuern fallen üblicherweise bei der Kapitalgesellschaft an und welche Steuern fallen bei der Personengesellschaft an. Hier natürlich alles jetzt auf erster Ebene. Durchgerechnet bei der Kapitalgesellschaft sind es so üblicherweise knapp 30 Prozent. Das heißt, das Kapital, das ist jetzt eben das Wichtige für uns, das Kapital, das nach Abzug von den Steuern verbleibt, ist rund 70.000 Euro. Bei der Personengesellschaft müssen wir Folgendes sehen. Bei der Personengesellschaft ist der Unternehmerlohn grundsätzlich enthalten. Der ist nicht abzugsfähig jetzt steuerlich. In unserem Beispiel müssen wir es aber so betrachten, dass quasi die 100.000 zusätzlich zum Unternehmerlohn besteuert werden, damit wir da irgendwo auch Vergleichbarkeit herkriegen. Und da wäre das so, ich habe jetzt einmal den Grenzsteuersatz von 42 Prozent angenommen. Also wir sind hier noch nicht mal in dem reichen Steuersatz, in dem Höchststeuersatz von 45 Prozent, sondern da auf dem Level, das man jetzt, sage ich mal so bei 65.000 in der Einzelveranlagung oder eben 130.000 in der Zusammenveranlagung erreicht. Das erste Ergebnis von dieser Folie, wir haben jetzt bei der Kapitalgesellschaft im ersten Schritt auf jeden Fall schon mal mehr Kapital. Es sind im ersten Schritt jetzt mal nur irgendwie so knapp 12, 15 Prozent. Schauen wir uns aber nochmal genauer an, wie wirkt sich das aus und wie ist es dann, sage ich mal, im Großen und Ganzen zu betrachten. Wir starten jetzt mit dem Thema, wer braucht eine Personengesellschaft, für wen ist das die richtige Rechtsform? Bei der Personengesellschaft ganz wichtig, wir haben eine transparente Besteuerung. Das kann gut sein, das kann aber auch negativ sein. Jetzt schauen wir uns an, wo ist diese transparente Besteuerung vorteilhaft für uns? Was also transparent heißt, der Gewinn, der auf Ebene der Personengesellschaft entsteht, wird mir als Gesellschafter, den anderen natürlich auch, voll zugerechnet und mit meiner Einkommensteuer belastet. Was ist der Vorteil von dem Ganzen? Also jetzt neben diesen klassischen Themen bei der Gründung, wir haben ja sicher auch hier Gründer mit dem Publikum. Insofern, ich werde immer ein bisschen zwischen den Gründern und auch Bestandsunternehmen variieren, dass für jeden hier auf jeden Fall was dabei ist. Die Formalitäten sind bei der Personengesellschaft einfach etwas leichter zu handeln, einfach etwas geringer als bei der Kapitalgesellschaft. Kann nicht nur für Gründer, sondern eben auch für Bestandsunternehmer, habe ich auch schon einen Fall gehabt, der einfach sagt, ist mir zu kompliziert, macht mal eine Personengesellschaft. Ich habe einen Vorteil, wenn ich keine haftungsbeschränkte Personengesellschaft habe, habe ich kein Thema mit der Offenlegung. Also ich muss nicht beim Bundesanzeiger oder beim Unternehmensregister veröffentlichen die Zahlen. Und ein ganz großer Vorteil, den wir später auch nochmal genauer anschauen, ist Verlustverrechnung. Das heißt, wenn ich gerade vom Beginn meiner Tätigkeit oder wenn ich einfach ein neues Geschäft als bestehender Unternehmer, als der schon sozusagen einen Betrieb am Laufen hat, was Neues beginne, dann hat die Personengesellschaft natürlich den großen Vorteil, ich kann alle Verluste wegen dieser Transparenz auch oben mit anderen Einkünften auf meiner Ebene verrechnen und habe dann zumindest den vollen Steuerabzug. Die Verluste, klar, sollten immer vermieden werden, aber ich habe zumindest gleich die Kompensation über die Steuer. Was sind so die klassischen Nachteile Personengesellschaft? Ich habe mit Ausnahme der GmbH und Co. KG keine Haftungsbeschränkung. Bei der Kommanditgesellschaft habe ich immer zumindest einen Vollhafter und ich habe die volle Gewinnbesteuerung. Das ist sozusagen jetzt der Nachteil bei der Personengesellschaft. Selbst wenn ich jetzt Gewinne thesauriere und, wir sehen es nachher noch, keine von diesen sogenannten Thesaurierungsoptionen nutze, dann versteuere ich auch eben Gewinne, die auf Ebene von der Gesellschaft bleiben und reinvestiert werden müssen. Vielleicht versteuere ich einfach mit meinem vollen Steuersatz und das muss nicht unbedingt sein. Ich habe es hier unten nochmal als Abschluss angefügt. Bei niedrigem Einkommen lohnt sich die Personengesellschaft, wenn ich, sage ich mal, in der Progression noch nicht so hoch bin. Dann habe ich natürlich auch meinen ganzen, meinen Grundfreibetrag, den Eingangssteuersatz von der Einkommensteuer und diese ganzen variablen Steuersätze, die ich da mitnehmen kann. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich bei meiner Personengesellschaft den Gewinn zum Großteil konsumieren möchte. Also wenn ich nicht das Thema habe, ja, ich habe eigentlich kaum Investitionen, das läuft alles relativ schlank ab. Wenn ich viel konsumieren will, vielleicht sogar den ganzen Gewinn konsumieren will, dann ist eine Personengesellschaft tatsächlich die richtige Rechtsform, weil die Kapitalgesellschaften eben nur auf Ebene von der Kapitalgesellschaft ihr Vermögen haben und nicht im Privatvermögen. Das kann ich nicht konsumieren. Nur mal ein ganz kurzer Überblick. Personengesellschaften Richtung Gründung, aber eben auch, wie könnte man ein neues Geschäft, wenn ich jetzt was beginne, wie könnte man das aufziehen? GbR die einfachste Rechtsform, aber natürlich volle Haftung. Ich hafte sogar für die Themen, die andere Gesellschafter quasi hier begonnen haben. Also das ist sozusagen die größtmögliche Haftung. Bei der KG die kleinere Einschränkung. Ich habe nur den Komplementär, der vollhaftet die Kommanditisten nur mit ihrer Einlage. Und dann die Sonderform von der KG ist dann die GmbH und CoKG. Da habe ich jetzt die Haftungsbeschränkung. Ich habe natürlich auch einen höheren Verwaltungsaufwand, ist klar, weil ich quasi zwei Jahresabschlüsse habe. Ich habe zwei Gesellschaften, zwei Bankkonten und so weiter. Und ich habe natürlich auch hier das Thema mit dem Mindestkapital. Also für die GmbH brauche ich ja zumindestens ein Kapital von 12.500, das bei der Gründung einzuzahlen ist. Und insofern habe ich hier ja natürlich auch einen gewissen Invest, der dann schon mit der GmbH auf jeden Fall vergleichbar ist. Und Veröffentlichung habe ich auch, habe ich schon angesprochen. Nochmal die Zusammenfassung. Die Zurechnung des gesamten Gewinns kann vorteilhaft, kann nachteilig sein. Wir versteuern alles in der Einkommensteuer. Die Gewerbesteuer fällt auf Ebene der Personengesellschaft an, ist aber üblicherweise voll anrechenbar und wirkt sich nicht aus. Verluste können wir verrechnen und die Höhe der Besteuerung ist eben unabhängig davon, wie viel Gewinn ich rausnehme oder wie viel Gewinn ich drin lasse. Jetzt schauen wir uns gleich nochmal an, was passiert oder was habe ich denn für Möglichkeiten bei der Personengesellschaft, Gewinn, den ich auf Ebene der Gesellschaft desauriert habe, eben dann auch günstiger zu besteuern. Zum einen mal, die Regelung gibt es schon etwas länger, das ist dieser Antrag nach 34a, der ermöglicht, dass ich eben einen Steuersatz auf tesaurierte Gewinne von 28,3% anwende. Auf diesen Gewinn, der dann übrig bleibt, auf Ebene der Gesellschaft. Und dadurch komme ich jetzt mal von der Idee her von dieser Regelung schon in einen Bereich, wo ich sagen kann, ja, ich bin da ungefähr vergleichbar mit der GmbH. Das Problem bei dieser Regelung ist nur, und wir haben Erfahrungen gemacht und auch von Kollegen, die ist sehr kompliziert anzuwenden. Also, wenn ich die anwende, habe ich immer dieses Problem, ich muss in den Folgejahren darauf aufpassen, wie viel Gewinn entnehme ich aus der Gesellschaft, weil ich dann sofort, wenn ich mehr entnehme als der Gewinn des laufenden Jahres, fahre ich sofort in diese Tesaurierungsbegünstigung und muss dann sofort nachversteuern. Also, wie gesagt, vom Handling sehr unschön, ja, muss man so sagen, sehr unpraktisch gemacht von der Gesetzgebung. Was jetzt aus meiner Sicht die deutlich interessantere Regelung ist, ist hier auf der rechten Seite also der Antrag auf Körperschaftsteueroptionen. Und zwar, hier habe ich die Möglichkeit bei einer Personenhandelsgesellschaft, GbR, Einzelunternehmen sind hier ausgeschlossen, bei der Personenhandelsgesellschaft kann ich einen Antrag stellen, der muss einen Monat vor Ablauf des Jahres gestellt werden beim Finanzamt und dann habe ich ab dem Folgejahr eine tatsächliche Besteuerung mit Körperschaftsteuer. Das ist dann wirklich auch komplett vergleichbar mit einer GmbH oder mit eben einer Kapitalgesellschaft ganz allgemein, weil ich da tatsächlich so die ganzen Regelungen von Umwandlungssteuergesetz und sowas mit Buchwertantrag befolgen muss. Der große Vorteil ist bei dieser Regelung, ich muss nicht zum Notar. Gerade wenn ich jetzt schon ein bisschen größeres Unternehmen habe, ich habe meinetwegen Immobilien drin oder solche Themen, dann habe ich hier den großen Vorteil, ich kann diese Gesellschaft, man muss natürlich mit Grunderwerbsteuer und so was vorher war, aufpassen, kann diese Gesellschaft aber grundsätzlich mit dieser Option zur Körperschaftsteuer in eine GmbH sozusagen umwandeln und muss nicht unbedingt, also muss nicht zum Notar, sondern kann das einfach direkt beim Finanzamt machen. Das ist dann eine Sonderversion, also ich habe zivilrechtlich natürlich weiterhin meine Personengesellschaft, gebe aber eine Körperschaftsteuererklärung beim Finanzamt ab. Und diese Form muss man ganz klar so sagen, da sind noch ein paar so Unsicherheiten, weil die Regelung sehr neu ist. Die gibt es erst seit 2021, aber wenn das sich so ein bisschen eingespielt hat aus meiner Sicht, dann ist das eine sehr gute Option, die dann auch viel Flexibilität reinbringt. Wir haben es vorher gesehen, Personengesellschaft gerade am Anfang bei niedrigen Gewinnen vorteilhaft und dann kann man sich natürlich überlegen, okay, jetzt läuft es immer etwas besser bei mir im Unternehmen. Dann kann ich sagen, okay, ich brauche jetzt nicht unbedingt umwandeln, ich kann jetzt auch einfach von der Körperschaftsteuer quasi diesen Antrag beim Finanzamt stellen und bin dadurch sozusagen eine GmbH. Dann gelten auch für mich die ganzen Vorteile oder wie auch immer klar auch die Nachteile, die wir dann im zweiten Teil zur GmbH sehen werden. Und das ist sozusagen durchaus eine Option, wo man auch wirklich berücksichtigen kann für die Zukunft. Was ist noch eine Sonderform? Das geht ein bisschen weg. Was ist eine Sonderform von der Personengesellschaft? Wo kann man es nutzen? Wo würde ich auch sagen, ist eine Personengesellschaft wirklich besser als eine Kapitalgesellschaft? Und zwar würde ich das so sehen bei Familiengesellschaften. Also wenn man Vermögen innerhalb der Familie bündeln will, üblicherweise macht man es innerhalb von einer Komantitgesellschaft oder GmbH und Co. KG, wenn man da so gewerbliche Themen auch mit reinbringen will. Ich habe da den großen Vorteil. Ich bin als, sage ich mal, die abgebende Generation, die kann komplementär sein. Also die ist vorlafter. Die hat auch die Geschäftsführung. Und Kinder, Ehefrau, wie auch immer, können Kommanditisten sein und haften dadurch nur mit ihrer Einlage. Also die Haftung ist beschränkt. Und man kann eben einen Vorteil nutzen, sowohl bei der Einkommensteuer, dass Gewinne, üblicherweise, weiß ich nicht, Vermietungseinkünfte oder sowas, bei der Personengesellschaft dann allen zugerechnet werden. Also quasi auch die Eingangssteuersätze von den Kindern genutzt werden. Und natürlich auch bei der Erbschaftssteuer, dass ich irgendwie so das Vermögen bündle und nicht sagen muss, ja, du kriegst jetzt Immobilie 1, du kriegst Immobilie 2, sondern ich kann sagen, okay, das ist alles in einem. Man kümmert sich gemeinsam drum und man bekommt einfach dann eben jeweils die Anteile. Man bewertet die gesamte Gesellschaft und kann dann sagen, so und so viele Anteile würden jetzt meinetwegen meinem Freibetrag von 400.000 entsprechen und kann das dann ziemlich genau eben dann hinrechnen und sagen, okay, so und so viel möchte ich übertragen. Das ist sozusagen innerhalb der Freibeträge und geht dann ohne Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer von sich. Gut, dann gehen wir schon zum Thema GmbH. Also, wir haben es schon ein bisschen angeschnitten. Die GmbH hat jetzt den großen Vorteil, weil wir haben eben keine Durchrechnung der Gewinne zum Gesellschafter, sondern haben hier quasi eine eigene Ebene. Das heißt, die Gesellschaft ist ein eigenes Steuersubjekt. Die zahlt Körperschaftssteuer. Ich zahle weiter meine Einkommensteuer als Geschäftsführer, wenn ich bei der GmbH angestellt bin. So ist der Klassiker. Und diese Themen haben jetzt grundsätzlich nichts miteinander zu tun. Klar, ich teile den Gewinn letztlich zwischen uns beiden auf. Also, ich bekomme mein Geschäftsführergehalt. Das wird abgezogen vom Gewinn. Und der Restliche, der Gewinn, der bei der Gesellschaft verbleibt, wird mit, wir haben es schon gehabt, rund 30 Prozent mal versteuert. Jetzt, warum spreche ich hier jetzt einfach nur von der GmbH und jetzt nicht unbedingt immer von allen Kapitalgesellschaften? Also, aus meiner Sicht ist die GmbH da einfach die praktikabelste Rechtsform. Die hat, ja, im Vergleich zu UG natürlich den Nachteil, wenn man es so will, man muss zumindest 12.500 Kapital bei der Gründung einbringen. Aber da stelle ich immer die Frage, was sind es dann sozusagen für Gründungen, wo ich eh so wenig Kapital brauche, die 12.500, ich kann sie ja für den operativen Betrieb nutzen, kann das Geld ja sofort verwenden. Also, insofern, die Barriere ist aus meiner Sicht eigentlich nicht so hoch oder sollte nicht so hoch sein. Und ich habe eben diesen großen Nachteil aus meiner Sicht nicht, den die UG mit sich bringt, dass die von außen halt wirklich vom Ansehen her relativ schlecht ist. Also, es geht im Notfall, aber man sollte sich wirklich, also sowohl von dem Kapital, das man braucht, während der Gründung und von dem Aufbau vom Geschäft, als auch von eben von den Gesamtkosten, da gibt sich sozusagen die UG und die GmbH nichts. Das heißt, die UG vielleicht tendenziell sogar noch etwas teurer unterm Strich. Vor allem, wenn ich dann später wieder in die GmbH möchte, wenn ich die umwandeln will, dann bin ich eben von den Kostens vielleicht sogar leicht höher als bei der GmbH. Bei der AG natürlich so, höchstes Stammkapital, vom Ansehen her auch sehr gut. Klar, macht natürlich was her, so eine AG, aber umgekehrt relativ formal. Und hier mit dem Aktiengesetz muss man aufpassen, also relativ viele Sonderregelungen, die jetzt im gehobenen Mittelstand auf jeden Fall sinnvoll, aber jetzt, sage ich mal, im kleineren Bereich, aus meiner Sicht die GmbH einfach die bessere Wahl. Wir haben, gehen wir gleich mal auf die Vorteile ein. Wann ist die GmbH eben vorteilhaft? Haftungsbeschränkung hatten wir schon, Tesaurierung hatten wir auch schon. Was eben noch ein kleiner Punkt ist, ist jetzt zum Beispiel Gehaltsoptimierung und Altersvorsorge. Gehaltsoptimierung, wie gesagt, ist ein kleiner Bauchstein. Altersvorsorge kann aber durchaus spannend sein. Wenn ich dann sage, okay, ich baue Vermögen auf Ebene von der Gesellschaft auf und ziehe das vielleicht dann durch Rückstellungen auf Ebene von der Gesellschaft ab. Später bekomme ich vielleicht eine Pensionszusage oder Ähnliches oder diese Themen kann man da auf Ebene von der GmbH spielen, sind bei der Personengesellschaft einfach nicht möglich, weil da funktioniert das Modell nicht. Wir sind etwas komplexer als bei der Personengesellschaft und diese höheren Kosten ist jetzt wirklich tatsächlich die Frage. Wenn man mal die Gesellschaften vergleicht, GmbH und CoKG mit GmbH, weil beide haftungsbeschränkt sind, das sozusagen setze ich da voraus, dann ist es so, dann ist die GmbH relativ gleichwertig. Also da ist nicht viel rum. Ich habe ja zumindest bei der CoKG auch zwei Jahresabschlüsse. Also insofern, da ist die GmbH nicht unbedingt teurer. Hier nochmal, Sie kennen das Bild quasi von vorhin, aber jetzt geht es darum, wie sieht denn jetzt das ganz konkret aus? Also, wir haben es vorher schon mal angeschnitten, der Steuersatz ist bei 12 bis ungefähr 15 Prozent, den ich mir bei der GmbH spare, also quasi, wo ich mehr Vermögen dann auf Ebene von der GmbH aufbaue. Wenn ich diese Differenz jetzt mal ins Verhältnis setze zu dem, was ich im Privatvermögen hätte, also meine 55.000, dann muss ich sagen, okay, diese Differenz von den 12.000, 15.000 sind tatsächlich schon 25 Prozent, muss man sich mal klar werden. Also ich habe auf Ebene von der GmbH, wenn ich es jetzt quasi vergleiche, mein Privatvermögen, 25 Prozent mehr Vermögen, mehr Kapital, mit dem ich arbeiten kann. Jetzt sagen natürlich viele, ah, wenn, das ist immer das Gegenargument zur GmbH, wenn dann die Ausschüttung kommt, dann zahle ich ja sowieso wieder mehr. Dann lohnt sich die GmbH für mich überhaupt nicht. Grundsätzlich richtig, da kann ich jetzt auch gar nichts einwenden, da kommt dann die Abgeltungssteuer zum Tragen und ich bin unterm Strich bei einer Steuerbelastung von sogar 48 Prozent. Vollkommen richtig, aber man sollte sich bewusst werden, diese Ausschüttung muss ich ja jetzt nicht nicht zu einer Zeit machen, wo ich eben den hohen Abgeltungssteuersatz vielleicht zahle, sondern meinetwegen zu einer späteren Zeit, wo ich dann geringere Einkünfte habe oder wo ich auch eben dann vielleicht mal Verluste verrechnen kann. Dann ist dieser Steuersatz, also diese 26,4 Prozent, kann ich dann deutlich runter senken und dann sieht die Sache natürlich schon anders aus und ich habe eben während der ganzen Laufzeit immer mehr, jedes Jahr mehr Geld, eben das ich reinvestieren kann. Also man spielt hier ganz konkret den Zinseszinseffekt einfach aus und sagt dann, okay, ich schaue, was ich in der Rente brauche, da habe ich eine niedrigere Besteuerung, vielleicht kann ich auch meine Kinder irgendwann, wenn die das mal übernehmen, vielleicht brauchen die dann das Vermögen mehr, oder können sozusagen dann das Vermögen nutzen. Also insofern, das ist dann mehr in die Zukunft gedacht. Was man hier aber natürlich klarstellen sollte, das ist noch wichtig, ich versteuere bei der GmbH trotzdem meinen gesamten Konsum privat. Das ist wichtig. Ich muss nicht mehr versteuern. Also wenn ich sage, ja, ich brauche ein hohes Geschäftsführergehalt, um mir eine Immobilie zu kaufen, eine Anlageimmobilie oder um mir Kapitalanlagen, Aktien, Fonds oder was auch immer zu kaufen, dann sollte ich mir überlegen, ist das vielleicht eben sogar auf Ebene der GmbH oder, wir werden es später sehen, vielleicht auf Ebene der Holding sogar besser als im Privatvermögen. Den Konsum, da sind wir uns einig, den muss man immer versteuern, da komme ich nicht drum herum, aber eben bis zu dieser Grenze, wo ich jetzt hier bin, mit 42 Prozent oder sowas, kann ich privat eben auch gehen. Den muss ich immer versteuern und darum habe ich jetzt hier auch aus meiner Sicht der Vergleichbarkeit, dass ich auf Ebene von der GmbH dieses Geld auch wirklich wieder anlegen kann, wenn ich es jetzt selbst, wenn ich es jetzt nicht im operativen Betrieb irgendwo konkret brauche. Nochmal kurze Zusammenfassung, ähnlich wie das Bild vorher. Wir haben die Investitionsmöglichkeiten und jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, die 30 Prozent sind jetzt bei der GmbH immer fix oder geht da sozusagen vielleicht noch ein bisschen mehr? Wir können den Steuersatz bei der GmbH dann darüber noch etwas beeinflussen, indem wir jetzt schauen, wo ist natürlich der Sitz von der GmbH. Bei der Personengesellschaft wirken sich niedrigere Gewerbesteuersätze nicht aus, weil die einfach mit der Anrechnung von der Einkommensteuer, alles was unter 400 Prozent ist, wird angerechnet, fertig, zahlen wir Einkommensteuer, kein Unterschied. Bei der Kapitalgesellschaft wirkt sich tatsächlich aus und wenn wir jetzt mal so ein Extrembeispiel hernehmen, wie zwischen München und Grünwald oder eben Bad Wörishofen, die haben die gleichen Hebesätze, dann habe ich tatsächlich bei der, in den, sag ich mal, in den günstigeren Gemeinden habe ich sogar jetzt vermögensmäßig knapp 10.000 Euro mehr schon als jetzt in München, was sich natürlich auch wieder auswirkt und beziehungsweise auch wieder irgendwo diese Entscheidung dann beeinflussen kann. Nochmal kurz die Zusammenfassung. Thesaurierung haben wir besprochen, bei der GmbH besser. Wie gesagt, die Option für die Personengesellschaft ziehe ich hier mit in die GmbH rein, weil es wird faktisch dann wie eine GmbH behandelt und dann habe ich auch die gleiche Thesaurierungsbesteuerung. Klassisch die Haftungsbeschränkung. Ich habe bei Veräußerungen, das sehen wir gleich im Nachgang noch, eine günstigere Besteuerung bei der GmbH. Ich habe nur ein Teileinkünfteverfahren, das ist irgendwo so bei 27, 28 Prozent, wenn ich die ganze GmbH verkaufe. Bei der Personengesellschaft habe ich meinen normalen Einkommensteuersatz, wenn der Gewinn hochgeht, 45 mit Solis und so weiter. Also sehr hohe Besteuerung. Wenn ich 55 Jahre alt bin, habe ich bei der Personengesellschaft auch noch eine Begünstigung, aber die geht nur einmal im Leben und die geht eben auch erst ab dieser Grenze oder wenn man berufsunfähig ist. Man profitiert von geringeren Gewerbesteuerhebesätzen. Wir haben es kurz angeschnitten und das wären eben die Vorteile von der GmbH. Umgekehrt, ich konsumiere den ganzen Gewinn, spricht für Personengesellschaft. Ich habe einen niedrigeren Steuersatz, versteuere privat noch relativ wenig, kann ich in die Personengesellschaft gehen oder alternativ bei der GmbH mein Geschäftsführergehalt erhöhen, solange es angemessen ist. Hohe Gewerbesteuer tendenziell besser für die Personengesellschaft, weil ich zumindest einen Teil anrechnen kann und eben der Vorteil mit der Verlustverrechnung. Das muss man sich klammern bei der GmbH. Gerade am Anfang, wenn ich was gründe und hier Verluste entstehen, dann habe ich keine Möglichkeit, die zu verrechnen. Also dann bleiben die einfach auf Ebene von der Gesellschaft. Die haben keine steuerliche Auswirkung, auch nicht in Kombination, wir werden es sehen, mit der Holding. Das funktioniert sozusagen auch nicht. Die sind auf Ebene der GmbH gefangen und hier ist tatsächlich dann die Personengesellschaft, also im operativen Bereich, besser, wenn ich sage, okay, das Ergebnis schwankt noch hier sehr stark und einmal ist Gewinn, einmal ist Verlust. Zum Schluss, es haben vielleicht schon viele erwartet, jetzt kommt die Holding. Wer braucht eine Holding oder für wen ist die Sache sinnvoll? Nur mal so zum Rahmen, dass alle abgeholt sind. Eine Holding heißt einfach, ich habe eine Kapitalgesellschaft, die über einer operativen Gesellschaft steht und an der Holding bin ich beteiligt. Also hier quasi so eine Dreierkonstellation übereinander und es ist eine klassische, normale GmbH mit einem besonderen Gesellschaftszweck, aber das war es auch. Also ich sage mal, das ist keine Besonderheit, das ist quasi auch eine klassische Kapitalgesellschaft. Was sind die großen Vorteile? Also ich habe jetzt bei der Holding den Vorteil, ich kann Gewinne, die unten bei der operativen Gesellschaft entstanden sind und die ich eben, das ist das Entscheidende, aus dieser ja Insolvenzmasse, die ich sozusagen durch das operative Risiko ja immer irgendwo habe, die kann ich ausschütten in die Holding und die sind dann nach einem Jahr nicht mehr in dieser Haftungsmasse gefangen. Das ist der große Vorteil. Wenn ich es privat machen würde, wir sehen es hier, wenn ich es privat machen würde, würde ich einfach meine Abgeltungssteuer zahlen. In der Holding zahle ich aber nur 1,5%. Also hier habe ich, sage ich mal, noch größeren Unterschied zwischen der Ausschüttung ins Privatvermögen und der Ausschüttung in die Holding. Beäußerungsgewinne, da gilt der gleiche Fall wie bei der Ausschüttung, die sind auch steuerfrei. Man muss dazu sagen, ich habe es dann noch nicht im Privatvermögen, das ist klar, aber wenn ich wieder eben die Absicht habe, ich reinvestiere das Geld, ich bin noch nicht so weit, ich gehe noch nicht in den Ruhestand, ich will vielleicht noch was machen damit, dann ist es natürlich hier super, weil ich kann den gesamten Gewinn, wenn ich quasi die GmbH verkauft habe, kann ich den gesamten Gewinn einfach auf Ebene von der Holding weiterverwenden, weiter reinvestieren. Der nächste Vorteil, ich habe sozusagen mehr Kapital, wir haben es angesprochen, für die Holding und für die GmbH und dann die Holding drüber gilt das Gleiche, also ich habe mehr Kapital, dadurch, dass ich eben einen geringeren operativen Steuersatz aufgrund von der Tesaurierung habe und dieses Mehrkapital kann ich sogar auf Ebene von der Holding dann noch etwas günstiger, jetzt wenn man von Kapitalanlagen oder meinetwegen auch von Immobilien ausgeht, reinvestieren. Ich bin natürlich bei Immobilien bin ich immer irgendwo gewerblich, also ich habe zumindest immer einen Steuersatz von 15%, da gibt es eine Sonderregelung für Immobiliengesellschaften, aber auch wenn man jetzt einfach sagt, nee, ich will jetzt einfach klassisch Kapitalanlagen auf Ebene von der Holding, ich mache mein Depot privat, das soll die Holding anlegen, ich nehme dieses Geld her und die macht meine Altersvorsorge, dann kann ich einfach Aktien meinetwegen, die Wertsteigerungen steuerfrei verkaufen, ich kann Fonds, Aktienfonds günstiger besteuern, da bin ich jetzt zum Beispiel Privatvermögen 18%, bei der GmbH irgendwie so 10, 11%, also ich habe sozusagen mehr Kapital, kann das günstiger anlegen und versteuere sozusagen dann die Erträge auch noch etwas niedriger. Zur Frage, wie komme ich denn überhaupt in die Holding? Bei der Holding bietet sich jetzt dieser Anteilstausch an, wenn ich eine GmbH habe, ich kann aber natürlich auch eine Holding aus einer Personen, also eine Holding über eine Personengesellschaft bringen, dann muss ich einfach die Mitunternehmen Anteile bei der Holding einbringen, mache bei der Holding eine Kapitalerhöhung, muss bei einer, bei GmbH Anteilen immer mindestens 50%, also 51%, die Mehrheit muss ich dann in der Holding haben, im klassischen Fall, wenn ich sozusagen Alleingesellschafter bei der operativen Gesellschaft bin, ist das ja kein Problem, wenn man zu zweit ist, muss man ein bisschen aufpassen, aber an sich kann ich diese Anteile steuerfrei auf die Holding übertragen, ich muss es nur beim Notar machen. Unterm Strich, wir schauen uns dann hier gleich nochmal an, wie sieht die ganze Sache aus, warum kann das eben für die Vermögens, für den Vermögensaufbau interessant sein. Hier mal der Unterschied zwischen der Ausschüttung privat und der Ausschüttung auf Ebene von der Holding. Was eben wichtig ist, wir haben 25% weniger Steuern. Wenn man das wieder runterrechnet auf die Basis und ich finde die Rechnung ist auch tatsächlich sinnvoll, weil ich muss ja überlegen, wie viel habe ich auf Ebene von der Holding mehr, als ich jetzt im Privatvermögen hätte. Und da habe ich tatsächlich 33% mehr Vermögen auf Ebene von der Holding, als wenn ich es privat versteuert hätte. Man kann jetzt, sage ich mal, so ein bisschen überlegen, ja, wie wäre es, wenn ich es jetzt im Privatvermögen gehabt hätte, so auch immer. Also da muss man schon sagen, ja, okay, so rund acht Jahre müsste ich sozusagen im Privatvermögen immer eine Verzinsung haben von vier Prozent, bis ich bei diesem Kapital bin. Also ich habe im Prinzip schon einen zeitlichen Vorsprung, weil ich einfach früher mehr Kapital anlegen kann. Konsequenterweise muss man natürlich dazu sagen, die Holding hat auch Kosten, ist klar, aber die Kosten von der Holding sind tatsächlich überschaubar. Also da passiert im Normalfall nicht viel, da können Sie, ja, fragen Sie Ihren Steuerberater, aber Sie können mit 1.000 bis 2.000 Euro, wenn es ein größerer Holding ist, rechnen. Wie gesagt, diese 1.000 Euro, gerade wenn ich jetzt mehr ausschütte, wenn ich jetzt größere Ausschüttungen mache, dann sind diese 1.000 Euro für die Absicherung von der Insolvenz, von dieser operativen Gesellschaft, oder gerade wenn ich mehrere operative Gesellschaften habe, dann ist die Holding sozusagen, die wird dadurch nicht teurer, dass ich jetzt sozusagen mehr Gesellschaften habe, sondern ich habe immer nur 1.000 bis 2.000 Euro und das steht aus meiner Sicht in einem sehr guten Verhältnis zu dieser Absicherung. Zusammenfassend, ich habe es schon angesprochen, wenn man jetzt über vermögensverwaltende Personengesellschaft, vermögensverwaltende Gesellschaften spricht, dann ist die Personengesellschaft tendenziell die beste Wahl. Grundsätzlich, wir haben es jetzt oft genug gesagt, die Vorteile der Personengesellschaft im Eingangssteuersatz, in der Verrechnung einfach von dem Gewinn bzw. von dem Verlust. Bei der GmbH, warum behaupte ich jetzt, okay, erfolgreiche Unternehmer sollten eine GmbH haben, weil gerade wenn man wirklich mehr Kapital aufbaut auf Ebene von der Gesellschaft, mehr reinvestiert, eher weniger konsumiert, dann, und das sozusagen einfach wirtschaftlich erfolgreich hat und gar nicht so viel selber verbrauchen möchte oder muss, dann ist eine GmbH einfach die bessere Rechtsform. Man kann, wie gesagt, Körperschaftsteueroption würde ich hier gleichsetzen, da gibt es jetzt keinen Unterschied, aber mal grundsätzlich, so war es jetzt in der Vergangenheit, ist die GmbH hier die richtige, weil ich dann einfach mit dem Geld auf Ebene von der Gesellschaft besser arbeiten kann und so Themen wie Altersvorsorge einfach nicht unbedingt so wie man es, ja, wie man es so kennt, auf Ebene vom Privatvermögen unbedingt machen muss, sondern eben auf Ebene von der Holding dann machen kann. In der GmbH, wie gesagt, wenn man eine GmbH hat, die jetzt wirklich keine Haftungsrisiken hat, das operative Geschäft ist sehr haftungsarm, könnte man sich die Holding im Prinzip auch sparen, das stimmt, könnte man auf Ebene von der GmbH anlegen, aber sobald ich da Themen habe, die irgendwo Risiko darstellen, empfehlen wir immer, setzen wir die Holding drüber, wie gesagt, kostet einmalig was beim Notar und beim Steuerberater und dann die laufenden Kosten sind wirklich überschaubar. Ich habe die Holding quasi dieses Thema, ich verbinde Haftungsschutz mit der steuerbegünstigten Vermögensaufbau, das ist aus unserer Sicht sozusagen der wichtigste Punkt hier. Gut, dann sage ich vielen Dank und freue mich auf noch Fragen von Ihnen. Herr Steierert, vielen Dank für den tollen Fachvortrag, ich habe auch selber sehr viel wieder gelernt und mich nochmal was erinnert. Interessante Frage, die ich auch selber stellen würde, ab wann lohnt sich eigentlich eine Holding-Struktur und zu und zu ab welcher Größe möglicherweise? Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe es ja vorher schon mal so ein bisschen grob angeschnitten, ohne konkrete Zahlen zu nennen, dass wir da ein gewisses Vermögen brauchen, das wir natürlich nach oben bringen müssen. Und dann lohnt sich die Gesellschaft, ich sage jetzt immer mal so ganz grob als Hausnummer, um die 100.000 Euro ausschüttbares Vermögen, das ich sozusagen nach oben bringen will, also es ist schon, sage ich mal, relativ früh, gerade wenn man in der GmbH ein bisschen was angespart hat, geht das schon relativ schnell, dann kann man sagen, diese 1.000, 2.000 Euro sind 1.000 bis 2.000, die ich für die Absicherung zahle, wie so eine kleine Versicherung, sage ich jetzt mal, und dann lohnt sich die Holding, also das ist aus meiner Sicht wichtig, lohnt sich früher, als man vielleicht so denkt, im Allgemeinen. Holding natürlich immer nach Konzern klingt, nach Großunternehmen, aber ein Holding kann auch im kleinen Bereich wirklich mal spannend sein. bei der, auch bei der Entwicklung meine Frage, wie wäre es am einfachsten aus einer Personengesellschaft, das haben Sie ja mal angesprochen, aber auch mal zu überholen, aus einer Personengesellschaft oder auch einer anfangs kleinen Kapitalgesellschaft in so eine Holding zu kommen. Ja, genau. Also das ist ein guter Punkt. Ich habe bei, ich kann sowohl eine GmbH, weil wir es hier ja eben über GmbH immer gesprochen haben, ich kann sowohl in der GmbH, also eine GmbH unter meine Holding setzen, als auch eine Personengesellschaft geht von diesem Konstrukt beides. Und ich habe die Möglichkeit, bei der GmbH eben so einen sogenannten Anteilstausch zu machen. da werden die Anteile von mir, die ich privat halte, in die Holding quasi übertragen. Und ich muss gleichzeitig nur darauf achten, ich muss eine Kapitalerhöhung bei der Holding machen, mindestens 100 Euro, also empfehlen wir, man kann auch 1 Euro, sieht aber nicht so schön aus, mindestens 100 Euro Kapitalerhöhung. Das muss beim Notar folgen, weil es auch eingetragen worden muss ins Handelsregister. Und dann kann ich sozusagen diese Anteile übertragen. Ich brauche die 50 Prozent, habe ich auch angesprochen, 51 Prozent. Ich brauche die Mehrheit und stelle dann einfach nur beim Finanzamt den Buchwertantrag und die Anteile sind, auch wenn das wirklich eine wertvolle GmbH ist, sind dann in der Holding und dann kann ich ausschütten. Bei der Personengesellschaft ist es so, da übertrage ich die Mitunternehmeranteile, brauche ich auch Kapitalerhöhung, auch Buchwertantrag, im Prinzip genau gleich. Und ich habe dann eben das Thema, vorher habe ich es ja quasi bei der Personengesellschaft privat versteuert, den Gewinn, wenn ich eine Tesorierung oder was auch immer angewendet habe, das brauche ich dann auch nicht mehr, wenn ich es unter der Holding habe. Das kann ich mir sparen, weil dann einfach der Gewinn von der Personengesellschaft hochgerechnet wird in die Holding. Ich zahle auf der unteren Ebene Gewerbesteuer und auf der oberen Ebene und Körperschaftssteuer auch wieder rund 30 Prozent. Man könnte sogar sagen, ja, ich spare mir hier die Ausschüttung. Also das wäre sogar noch ein kleiner Punkt. Interessant. Gut, vielen Dank für die Antwort. Ich schaue nochmal, welche Fragen aus dem Publikum noch kommen. Lass uns mal kurz nachschauen. Die Frage, inwieweit eine KG auch eine AG-Co-KG sein kann. Eine KG auch eine? Also statt eine GmbH-Co-KG, eine AG-Co-KG? Ist natürlich möglich, ist auch mit einer U-G möglich, gar kein Problem. Also die AG ist bloß für das relativ teuer aus meiner Sicht. Ich auch. Das ist die klare Antwort drauf. Also GmbH, ich habe es ja angesprochen, man kennt es einfach als GmbH und Co-KG. Das kennt jeder, das fällt sozusagen nicht negativ auf. Eine AG würde jetzt nicht negativ auffallen, aus meiner Sicht, wäre aber irgendwo ungewohnt. Eine U-G kann ein bisschen negativ auffallen, weil man irgendwo dem anderen, dem Geschäftspartner zeigt, ja, es hat nicht so ganz gereicht vom Kapital. Ich habe schnell mal die 12.500 zusammengebracht. Und deswegen leidet da immer so ein bisschen das Ansehen drunter. Und darum, wenn es irgendwie möglich ist, geht man gleich in die GmbH. Das empfehle ich immer. Danke. Und vielleicht die letzte Frage, noch mal eine kurze Wiederholung. Die Frage, ob die Holding oder GmbH und Co-KG, die haben ja beide Steuern und Haftungsvorteile gegenüber einer GmbH. Wie vergleichen Sie das nochmal? Also nochmal eine kurze Wiederholung, das ist halt so die Frage. Also Vergleich zwischen Holding und GmbH und Co-KG. Jetzt muss man sagen, die Holding steht ja sozusagen nie allein, weil es ist nur eine Holding, wenn drunter eine Gesellschaft hängt. Also jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe die Konstellation GmbH und Holding und auf der anderen Seite GmbH und Co-KG. Dann habe ich jetzt den Vorteil, eben bei der Holding, ich kann die Gewinne ausschütten, habe sie aus der Haftungsmasse raus und zahle aber keine, also zahle nur meine 30 Prozent. Wenn ich jetzt parallel die GmbH und Co-KG sehe, kann ich eine Tesaurierung auf Ebene von der Gesellschaft machen. Klar, geht. Aber ich habe natürlich immer die Haftungsmasse. Wenn ich es mir privat rausnehme, zahle ich meinen vollen Steuersatz. Und auch wenn ich sozusagen auf Ebene, das habe ich auch angesprochen, wenn ich auf Ebene von der Co-KG reinvestiere, ich mache jetzt Kapitalanlagen auf Ebene von der Co-KG, dann ist es auch so, sodass ich natürlich das, wenn ich nicht die Begünstigung anwende, voll versteuert habe, weniger anlegen kann dann. Vielen Dank. Also, wir haben auch keine Fragen mehr. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für den neuen Vorvertrag. Ich bedanke mich für die Teilnahme an unserem Webinar und freue mich auch, Sie beim nächsten Webinar begrüßen zu dürfen. Wir sind auch am Ende. Auf Wiedersehen. ... ... ... ... ...